all alles klar nach koppel der kapp nicht kevin jürgen in der bergung ok kein problem die machen wir locker platt ich auch zum eindämmungsgebiet ok das denn geschafft das fiel ist riesig und macht urtoffel schaden ich bin hier aber gleich mal gespannt hey da kann ich irgendeinen spinnen absorbieren das lass ich mir doch nicht entgehen ja ist das so ein dickerchen oder ein Soldat aus wie ein Soldat was so klar nein 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 oh gib mir ihn schnell bevor er verreckt alles klar bevor er die Stadt zerstört bevor er die Stadt zerstört ja ja ist klar wisst ihr was ich brauchen könnte werdet ihr gleich sehen komm komm mach mal was hier ja was ist das denn jetzt mal hier jetzt drauf boah boah was wird das denn wie soll das sein kill das Beinchen von dem boah das ist halt in der Luft auch welche Luft getroffen boah ey das Viech regt mich sowas von auf jetzt mal nur neben dem Viech steht macht das Schaden am Ende ja ne eigentlich wollte ich da einen fressen und hier auf dem Panzer absteigen ach das Viech wäre das da kann ich kaum entkommen nervt vielleicht Dankeschön endlich meine Viecher sind schon verreckt glaube ich ja so schwer ist das doch gar nicht ich wollte gerade weg springen dann kriegt mir irgendwie trotzdem noch ich hoffe ich wurde schon wieder von irgendwas getroffen das kann doch nie wahr sein jedes mal wenn ich dem Viech zu nahe komme ja okay okay meine Güte das sich nervt schon wieder danke okay irgendwas hat mich jetzt getroffen ja das war's ja und meine Viecher bisschen Leben drückt mir der Fino einmal am Bastard für mich ich bin ihm aufhören aber nicht zu schießen die Viecher ja die Viecher beschäftigen den ja er schießt schon meine Güte vielleicht geben wir mal in den Panzer ja mein Panzer mein Panzer boah der die zerfetzt dann schauen wir mal Mist wie ich du Ach, jetzt schießen sie plötzlich alle auf mich. 0,1 der Panzer zerstört. So, Goal, jetzt kannst du mal jetzt deine anderen Körperteile zeigen. Ich werde davon irgendwann getroffen. Das war mir nur berührt. Na gut, bleibe ich hier hängen. Okay, Gesundheit aufbissern. Ich wurde wieder getroffen. Oh, Mist, wie? God. Oh Gott. Einmal muss das Viech noch seine Klauen raushauen. Genauso. Was war das jetzt? Ich bin draufgegangen. Boah, ist das nervig. Das ist so nervig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man steht neben dem Viech und man kassiert Schaden für nichts. Mal gleich nochmal. Fuck. Wenigstens hell. Schon wieder von irgendeinen Scheiß getroffen. Voll. Direkt zerstört. Na komm, Viech. Mach irgendwas lustiges. Oh, shit. Okay, mein Fehler. Aber mein Fehler. Noch nicht ab. Hätte aufladen sollen. Na komm, mach was. Mein Gott. Da habt ihr irgendwo stecken jetzt. Jawohl. Ich weiß nicht, warum ich gerade so lange gebraucht habe. So einfach eigentlich. Naja. Ist ja schon gut. Oh, der ist wieder da zum absorbieren. Ha, ha, das tun wir doch mal schnell. Ja. Oh, ich dachte, ich stand neben dem. Super Kamera. Aber ich habe den zu stückeln, statt den abzuabsorbieren. Oh, Gott. Jetzt ist das Auto da mit explodiert. Oh, 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 oh. So. So. Schnauze voll. Oh, cool. Hat nichts gemacht. Endlich. Rudelführer verwässert. Oh, ist das nervig. Rakete kommt, Auto ist daneben. Mega viel Schaden. Von dem kriege ich mal einen Schaden. Ich meine, ich bin fast ja nur berührt. Alles klar. Wegpunkt setzen. Weiter geht's. Ja. Ich habe mich gerade verwandelt. Ah, das ist so wild. Den kommen wir locker. Voraus gibt es das scheiß Einsatzteam. Kommt nie gleich. Irgendwann sieht mich hier wieder. Oh, Blackbox. Blackbox. Jawohl. Hier lang. Ich höre es piepen. Kommt, glaube ich, von hier oben. Ja, hier im Gras. Radio Transmission. 411 Tage. Grazley 2, actual. Direkt clown. This is checkmate. Sir, City Hall has been completely compromised. We have an infected shirt spreading fast from... Shit. Ja, Rooks. Der muss ich mir auch noch mal irgendwann dran glauben. Wie wir wissen, ich aufklatschen. Das ist böse. Haha. Okay. Wir nennen der Kind fucking Elwood. Some fucking parents. Yep. So ein richtig schräger Name ist das. Boah, das ist ziemlich hoch. Perfekt, um zu jagen. Wow. Was ist das denn oben plötzlich so eng? Bam. Da kann man sich ja ganz genau die Quelle ausmachen. Ja, das ist schon mal gut. Yep, dahinter. Döp, 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 döp. Nochmal scannen. So viel Zeit muss sein. Da. Ups. Wo wäre es jetzt? Da. Oh, natürlich. Elwood Pine ist nie verholbar. Ups. Das war... Falsch an, wie es jetzt. Oh, faszch an, wie es jetzt ist das? So, jetzt kommen wir ja. Das ist ein Klaun. Das ist nicht schaden. Oh, ho, ho. Falsch an, wie es jetzt geht. Geil. Immer gut. Uhrwerk. Machen wir schon die ganze Zeit. Operation Uhrwerk. Blackwatch, fangen infizierte Subjekte, Elemente, diese Exemplare. Alles klar. Perfekt. Zur Gentech-Einrichtung. Oh, wir haben die Viecher platt. Romantische Musik. Okay. Das ist mal hier drauf. Dann nochmal Schwung nehmen. Das ist der Commander. Schnappen wir uns den nochmal. Ich glaube, den beobachtet sogar keiner. Doch. Aber wie ist der... Oh, wurde es halt zerfetzt. Hallo, Commander. Okay, Erinnernscanner. Jetzt ist der Alarm weg. Leider. Wechseln. Alles klar. Perfekt. Okay. Okay. Genau, da vor landen. Dann schauen wir mal. Ab in die Exemplareinrichtung. Schauen wir doch mal, wo die sind. Und dann zerstören wir die. Die reißen die so richtigen Stücke. So richtig so... Aber wie sieht es aus? Macht die fertig. Absorbieren sie die Infizierten. Bin hier dabei. Wo sind die denn? Das ist ein Handscanner. Alles klar. Sogar zwei Hallen haben wir den Chaos losgebrochen. Ah, das sind die Infizierten. Dann fangen wir mit dir doch mal an. Oh, er bringt ja nicht mehr die Klingel raus. Oh, fuck. Die machen wir noch nicht. Jetzt hat er sich verwandelt. Scheiße, was ist das? Oh. Jetzt machen wir mal Terror. Oh, die gehen mir auf die Nerven, weil es so viele gerade sind. Ich hätte die alle auf einmal freilassen sollen. Oh, oh. Kacke, die nehmen wir auseinander. Ich werde meine Devastator benutzen. Ich glaube, die werden hier einfach nur geschwächt. Hoffe ich mal. Ja, die wurden ordentlich geschwächt, aber nicht getötet.